Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch, es ist mal wieder soweit langer Zeit, ein Simson, sprich erstmal die Anzeit nur Simulationsspiel, in diesem Fall Eurotrack Simulator 2, ich habe mir letztens das Heavy Cargo Paket geholt und dementsprechend möchte ich heute auch ein bisschen auf Europa 1 Server, wenn ihr wollt, mit euch zusammen ein bisschen Schwerlasttransporte machen. Vorab gesagt, ich musste leider meine Steuerung ändern, da mein G29, ich es da nicht hinbekommen habe, über die H-Schaltung die einzelnen Untergruppierungen richtig anzusteuern, es hatte halt nicht geklappt, ich fahre jetzt automatisch. Sobald ich aber auf meinen normalen LKW wieder wechsle, in dem Fall habe ich mir hier einen Scania gegönnt, einen ganz großen, werde ich natürlich wieder auf H-Schaltung umsetzen, ansonsten so lange halt müssen wir unter Automatik leiden, ich mag es persönlich nicht. Einen wunderschönen guten Morgenwilzer. So, wir wollen mal gucken, externe Aufträge. Ach, was nehmen wir denn? Nehmen wir gleich die Lokomotive als erstes. Kann man mich gut hören, Timo? Begut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss immer daran denken, dass ich jetzt nicht mehr Kugel umtreten brauche. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass wenn der Schwerlast fährt... Ewigkeiten brauche, um auf Gefindigkeiten zu kommen. Ah, ich denke mal, bevor wir die Fahrt richtig groß antreten werden... Keine Annahme für Tankstelle... Wo ja eigentlich... Sprit sollte reichen... Entschuldigung, der Diesel. Das kommt drauf an. Die jetzt müsste eigentlich schnell gehen. 20 Minuten, halbe Stunde. Es gibt auch Touren, da bist du anderthalb Stunden unterwegs. Oder es gibt auch Touren, wo du denkst, das geht ja schnell und dann siehst du so... Scheiße, ich muss über Duisburg-Calais fahren. Europa 1 Server... Geht das Ganze? Euro 2 Server... Duisburg-Calais kann... Ich habe schon drei Stunden gebraucht, um da durchzukommen. Weil... Die Leute kriegen es halt nicht hin, dass auf dieser gesamten Strecke Überholverbot ist. Und sie ist noch enger als die Straße hier. Klar, dass sich eigentlich keiner dran hält, dass in Deutschland ja nur 60 außerorts ist. Ich fahre auch schneller. Das ist eine Geschichte. Aber wenn da schon steht, Überholverbot. Und man weiß, Duisburg-Calais... Dieser Strecke ist immer viel los. Zum Beispiel hier... Jetzt gerade keine Spieler in meiner Nähe. Duisburg-Calais ist das da links voll. Da stehen dann da teilweise 70, 80 andere Spieler. Könnte man auch gut sagen, Gegner. Weil... Ich habe es bislang... Ich bin da bislang achtmal lang gefahren. In diesen achtmalen habe ich es zweimal geschafft, ohne Schaden zu bekommen. Durchzufahren. Ansonsten... Teilweise... Nach... Zehn Minuten... Dieser... Die kurzen Strecke... Ähm... Oh... Dieser wird mir jetzt noch einmal... Hat es nicht? Ah... Das ist nicht so ein bisschen so ein Sound. ja 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 hey, das ist so ein Soundbord müsste jetzt eigentlich besser sein war mein Soundboard keine Ahnung, ich habe es schon jetzt 2-3 mal gemacht ich muss das neu starten und dann ist gut also wie gesagt, das hier ist noch eine relativ kurze Mission unter 1000 km engste Strecke, die ich glaube ich mal gefahren bin, war 2500 km das war vom Norden Schweden bis unten nach Italien oder so hat aber auch richtig Kohle gebraucht hat mir 130.000 km oder so gebraucht aber da bist du wirklich 2 Stunden beim Fahren mit dem, mit der Schwerlastgeschichte fahre ich auch eigentlich nicht schneller als 85 auch zwischendurch ist das mal ganz entspannend wenn man nur alleine fährt jetzt so ohne Stream ist es ein bisschen also wenn man nebenbei wen hat, wo man sich mit unterhalten kann ist das ganz lustig wenn man natürlich mit mehreren fährt muss man auch dennoch bedenken muss ich auf eine Geschwindigkeit einigen muss ich auf einen Abstand einigen der langsamste sollte vorweg fahren deswegen bin ich meistens immer hinten gefahren weil ich den leistungsschärksten LKW hatte ich finde ETS 2 macht auch nur Spaß wenn man es richtig mit Lenkrad spielt wird in der nächsten Zeit und dann wird in der Schwerlastgeschichte der Schwerlastgeschichte und das ist Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon an so einer, diese Brückenbegrenzung gerade, da bin ich schon so oft dran hängen geblieben und ich weiß gar nicht warum. Zwei mal habe ich da mit den Lkw schon auf die Seite geschmissen. Gibt es bei Landwirtschafts-Simulator eigentlich schon irgendwas Neues, weil ich auf Allgamescon habe habe ich mich nicht dafür angesteckt gehabt, das war mir einfach zu voll. Das war so, es war eine riesige Schlange, aber es waren ziemlich wenig Plätze, sprich fand ich, dass es ziemlich lange gedauert hätte sich da anzustellen. Und da ich mich vorher nicht informiert habe, ob es irgendwas Neues oder so großartig gibt, dass es sich lohnt das anzuspielen. Neue Maps oder, oder was, neue Traktoren? Oder wird jetzt mit Panzern gemäht? Geflügt. Das wäre auch mal was, oder? Ja, muss mir das mal geben. Ja, muss mir das mal geben. Hey, ein Riegel. Oh, wow. Wieder ganz gut. Und selber. Hast du noch alle gecarried gestern, oder habt ihr gestern nicht mehr L6 gespielt? Ja, dann muss es dir ja schlecht gehen, Rico. Du bist hier und bist. apocalypse depends on Seite des das fällen Teufels. Kannst du dich hinsetzen? Ah, du hast gekarriert, ich denke du karriest immer die anderen. Ich dachte, du bist immer derjenige, der die hochzieht. Ich dachte, du bist immer derjenige, der die hochzieht. Ich dachte, du bist immer derjenige, der die hochzieht. Ich dachte, du bist immer derjenige, der die hochzieht. Ich habe mir gestern mal bei Alcaramba wieder mal hier das PUBG angeguckt und ich gucke es mir gerne an, aber ich habe wie immer für mich festgestellt, es ist kein Spiel für mich. Dafür habe ich mir ein anderes Spiel vorbestellt, was dann ab dem 10. November dann bei mir auch im Stream läuft. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Du kannst dann nicht so genau schießen. Das macht einfach nur mega Spaß. Hey, Number. Das ist auch nicht so wie es jetzt bei Battlefield 1 ist, dass du zwischendurch diese Items einsammeln musst, damit du einen Helden oder so auswählen kannst, sondern durch Punkte, die du sammelst, also sprich durch Kills, Eroberungen und sowas alles. Ich vergleiche es mal mit so einer Art Energiebalken aufladen. Ah, okay, ich weiß, ich weiß, ja, ich ändere es sofort. Moment. Ja, das kann man auch... Ja, das kann aber... Nein, das ist... Nein, das ist irgendwie so ein bisschen voice-meter-Banana hier. Ja, das ist... Ja, das ist irgendwie... Hört ihr eigentlich die Musik? Oder ähnlich? Jetzt ist es besser rein, oder? Wenn man kein Skinny dabei hat, besser. Ja, mein Fehl. Ja, aus eigentlich zwei, was war's? Ja, weißt du, wenn man von OBS normal auf OBS Studio wechselt und sich nicht großartig mit beschäftigt hat. Ja, klar. Ja, klar. Alles klar, Rigo. Viel Spaß. War Eis oder was? Eis am Stream? Nein, ich hab noch keinen Unfall gebaut da, ja. Ach so. Sonst hättest du ein Leben groß da lassen können. War Eis. Dafür ist meine Frage viel zu wertvoll. Ach so. Ah ja. Ich weiß nicht, wie es schon gerade geht. Oh. 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 Oh, luft. Oh. 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 Den Kudung, den transportierst du doch immer in deinem Auto. Ja, sag ich ja. Oh, nur noch 130 Kilometer, ging ja schnell. Nice launch, boss. Das war's. Ich bin immer frech. Sobald mussten wir beide mich doch gerade kennen. Hehehe. Ich weiß. Ich hatte ja gestern meine Batchel 25 Tonne übrigens. Aber ich muss noch die große Gun einfahren. Ich wollte so ab 16 Uhr oder so machen. Ehm, Emil. Ehm, schönes Wetter heute. Ehm, wie gut es ist? Nein, vielleicht nein. Also sagen wir es mal so, ich bin schon so weit, dass ich auf dem Emil 2 forsche. Ehm, kann ich gut verstehen, da ja, hatte ich auch eine Zeit lang. Ehm, das kann gut passieren, weil mich frustert es extrem, dass du mit den 8ern fast nur noch in 10er-Gefechte kommst. Es ist einfach nur frustrierend. Es macht mit dem Emil keinen Spaß, es macht mit dem 110er keinen Spaß. Oh, gestern hätte ich fast meine eine Aufgabe bei den Lights geschafft gehabt und es hat keiner von denen, die die meisten Damage gemacht haben, hat die Zugeinladung angenommen. Es hat so genervt. Ich musste 2500 Damage spotten, habe 2800 gespotted, aber mit dem 1357F brauchst du halt nicht, äh, also an Versuchen 2000 Damage zu machen, nicht auf Paris. Es war einfach nur nervig. Keiner hat die Zugeinladung angenommen. Ja, ich könnte ja auch nicht schreiben. Ich habe ja meinen Chat aus. Seitdem ist es auch ganz entspannt zu spielen. Oh, hier ist es schon fast erreicht. Und? Ich komme am schnellsten nach Dresden. Den nächsten Finger rein und Dresden. Oh, hier ist es schon fast erreicht. Da geht die. Ah, der Sound funktioniert nicht mehr. Gibt es nicht mehr bei meinem Board. Ja, normalerweise kommt da ein Sound, aber das funktioniert nicht mehr bei meinem Board. Haben sie rausgenommen. Und da kommt später Kitty. Ja, das geht auch gleich. Ja, dann geht es wieder. Ja, dann geht es weiter. Das funktioniert nicht mehr bei dem Boden,sauset es war. Ja, es war nicht mehr bei was, sondern nicht mehr bei uns. Sonst geht hier alles gut. Sonst geht hier alles gut. So, das hier ist jetzt so eine Aufgabe, da habe ich bestimmt anderthalb Stunden unterwegs mit dem. Was nehmen wir? Tooth, Otto oder soll ich was anderes sagen? Ja, wählt es mich nachher so ab 16 Uhr. Hier ist es egal. Alles klar. Wie Spaß da, ja. Und dir auch Timo. Ah, kann man auch so gut. Ah, kann man auch so gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann das nicht mehr so machen. Ich kann das nicht mehr so machen. Ja, ja. Okay. Aber wenn ich ETS 2 spiele, kann ich schlecht bei wenigstens mitspielen. Klappt leider nicht. Dann muss man wieder aus dem Glänzer raustappen und muss ihn davor für anhalten. Muss das noch einrichten, dass er auch alleine spielt. Aber der Bot im Bot noch nicht wieder. Der Bot im Bot im Bot. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da habe ich das jetzt hinbekommen, dass mein Internet wieder stabil ist. Wie vorgestern. Keine Ahnung, was da los war. Ja gut, dann kommt der Tankstelle. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. 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 Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ich kann ja jetzt durchfahren und nicht mehr Tankenzugung durch. Alt Harriet mitin. Okay. Also, ich kann nicht mehr Dokonante. Okay. 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 Okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ich denke mal, ich mache zwei große Touren. Ich bin... Ich bin... Ich... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht, dass die Ecke wird, oder? Ich dachte, ich würde ihn... Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Es ist halt nur doof, wenn das halt in Eurotax Simulator passiert, weil dafür muss ich mal rechts anhalten, Spiel rausklappen, schließen, öffnen, wieder ins Spiel rein. Das zweite Mal, wo das Flur passiert ist, war es natürlich an der Stelle, wo es nicht einfach so rechts anhalten wird. Das zweite Mal, wo es nicht einfach so rechts anhalten wird. Das zweite Mal, wo es nicht einfach so rechts anhalten wird. Ja, Gott. Das zweite Mal, wo es nicht einfach so rechts anhalten wird. Das zweite Mal, wo es nicht einfach so rechts anhalten wird. Ja, wollte ich ja auch einstellen, aber hat er nicht gemacht. Ja, klar. User, join your channel. Hallo. Hi. Ja, irgendwie ganz merkwürdig. Ich glaube, er wollte die Abfahrt haben. Jetzt wirkt da seine Karre noch die ganze Zeit an. Nee, weil bei den 12 plus 2, was du brauchst für die Schwerlastdinger. Wofür sind denn die plus 2? Das hat was mit, ich glaube, zwei Rückwärtsgänge sind das. Ja, aber brauchst du doch nicht. Naja, bei 61 Tonnen. Brauchst du doch nicht. Ja, aber er hat es auf jeden Fall angefordert, weil du musst dieses Schwerlastding ziemlich weit vollkriegen. Und selbst im Rückwärtsgang geht das auch. Ja, aber er hat diese Unterteilung in C, H und L. Ich habe es probiert, das einzustellen. Ich weiß ja, wie ich es einstellen muss durch den American Trax Simulator. Da fahre ich ja auch mit 12 Gängen. Aber er macht es halt nicht so wie beim, exakt gleich wie beim American Trax Simulator eingestellt, er macht es nicht. Wenn ich jetzt auf A1, also ersten Gang auf dem Schellknüppel hier einstelle, macht er C1. Wenn ich auf dem niedrigsten links bin. Ist ja auch in Ordnung, weil ist ja der schwer, so einen schweren Anfahren ist das ja der Gang. So, und dann schalte ich in die 2, was eigentlich C2 sein sollte, überschaltet er in den fünften Gang. Ganz normale Gruppe. Und ich denke, hä? Kann gar nicht sein. Warum ist der da jetzt in den fünften Gang gegangen? Und wenn ich schalte es in den dritten Gang, ist er mit meinem achten. Das sehe ich so gut. Dann wird das wohl von fünf auf acht sein. Nächste müsste ja der Gang elf sein. Ja, nee, der nächste war dann Gang zwei. Und da war ich dann ganz durcheinander. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, du fährst nur mit einem LKW Schwerlast, das ist der Scania, den hast du extra so umgerüstet. Und wenn du normale Touren fährst, setzt du dich in deinen Volvo und dann machst du dann wieder Handschaltungen ab. Ist ja nicht das Problem. Ja. Ich will ja auch nicht nur Schwerlast fahren. Ich will ja auch normale Sachen wieder fahren. Da setze ich mich halt dann wieder in den Volvo rein und mache die ganz normale Gangschaltung wieder an. Weil ich da dann nicht noch weiter rumdoktern wollte. Zum einen fehlt mir das eine Addon, aber zum anderen müsste ich dann doch nochmal wieder das Spiel aktualisieren. Und dann müsste ich mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Weil Schwerlast ist ja auch ein extra DLC. Den Heavy Cargo? Ja, Heavy Cargo. Ich habe Heavy Duty und Heavy Cargo. Beide Tringer habe ich drauf. Heavy Duty ist ja einfach nur, dass du noch eine Yacht dazubekommst, einen anderen Bagger und sowas alles. Aber alles, was unter denen, also alles, was im Bereich von 24 Tonnen ist, ist das. Das hier ist ja, jetzt habe ich glaube ich gerade 39 Tonnen geladen und ich hatte auch schon eine Lok mit die 61 Tonnen weht. Das ist das Schwerste, was da ist. Okay. Und da ist denn, dass selbst hier die 730 PS beim Anfahren an ihre Grenzen kommen. Ja, jetzt gucke ich mal. Also wie viele Frans habe ich nicht. Das Heavy Cargo Pack, das habe ich noch nicht. Und das Heavy Duty. High Power Cargo Pack. Ja, nein. Das habe ich. Und das Heavy Cargo Pack, das habe ich noch nicht. Ich habe auch hier Going to East habe ich, denn hier Skandinavien. Das habe ich auch. Ich habe eigentlich, außer die Paintjobs habe ich eigentlich alle DLCs. Weil die Paintjobs und das, und ein Accessoire Ding habe ich, weil ich doch mal was anderes in meinem LKB drin habe. Nee, das habe ich geschenkt. Cabin Accessoires. Ja, genau. Das habe ich ja auch. Und Deutschland und noch ein Paintjobs, da habe ich auch geschenkt. Und selber eingefahren habe ich mir die Drachen. Das gab es zu Weihnachten letztes Jahr. Als wir Drachen Paintjobs einfahren, indem wir die Geschenke transportiert werden. Das ist zehnmal. So, nee, das habe ich nicht. Und nur die Paintjobs. Weil ich mir denke, die Paintjobs, die brauche ich nicht. Ja, gucke ich mal. Das gucke ich mir mal an. Da werde ich ja immer mal demnächst gucken. Wie gesagt, die Paintjobs waren jetzt nicht so, dass die mich... Boah, muss ich unbedingt haben. Ein Paintjob war bei meinem... Dings, das Viva La France Paket, was ich gekauft habe bei Instant Gaming. Da war ein Paintjob, wobei ich glaube, dass du mit dem Licking hast. Okay. Das war da gerade so ein Bundle, war das, was den Gaming gab. Weil irgendwie Euro Truck mit Viva La France, Paintjob und ich glaube, Skandinavien war mit drin. Und da war irgendwas bei, vernageln nicht drauf fest, 70 Euro. War so ein Komplett-Wundle. Ach so, ja gut. Ich glaube, das ist empfohlen, weißt du, dass du sozusagen das gleich mit drin hast. Alles. Ich habe die ganzen DLCs, habe ich da alle mal gekauft, als sie mal vergünstigt waren. Und da hatte ich gerade, weil ich vorher getradet habe, und zwar in der Community, auf dem Markt da. Da hatte ich hier nämlich CSGO-Kisten, hatte ich mir mal ein paar gekauft. Die hatte ich dann wieder verkauft. Und dadurch habe ich dann insgesamt 150 Euro bei Steam gehabt. Und dann habe ich mir mal die Dinge im Angebot geholt, so wie einige andere Spiele. Okay. Ja, ich hole eigentlich immer so Instant Gaming, was halt doch massiv günstiger ist. Auch wenn bei Steam schon runtergesetzt ist oder so, ist es da immer noch günstiger. Wer ist ein oder zu schnell, weißt du das? Ja. So, dass ich heute noch nicht auf die Seite gelegt habe, weil mit dem Schwerlast fahre ich dir doch etwas vorsichtig. Ach ja, ich wollte ja auf die Treffstelle. Ah, hat doch Zeit. Nee, ich habe das ja gesagt, dass die nächste Tankstelle wurde ich aneben. 1,46. Ja, schön. Da musst du noch deine... Hier muss ich noch hier die Ruhlzeiten einhalten beim Multiplayer? Nee, nee. Da gibt es keine. Weil das kriegen sie nicht hin. Weil... Dann hat das mal einer erklärt, warum das so ist. Das nicht funktioniert. Das ist genauso wie mit den NPCs. Also die ganz normalen Autos und LKWs und so. Ja, da weiß ich, also da weiß ich, dass das kann ja nicht funktionieren, ne? Weil du hast ja nämlich... Weil der Server muss ja nämlich die Berechnung machen, wie die sich bewegen und so weiter. Und dein Rechner alleine, der macht ja die Berechnung nur für dich, wenn du alleine fährst. Ja. Und da ist es ja auch nur in deinem Nahbereich, ne? Und im entferneren Bereich braucht er das ja nicht berechnen. Deswegen kann es auch mit einer riesigen Karte fahren. So... Multiplayer ist natürlich so, die ganze Karte muss berechnet werden. Das frisst... Würde... Ja, ein wenig Rechenleistung fressen. Ein wenig sehr viel. Okay. Das würde dann, glaube ich, schon so an die Rechenleistung der Blizzard-Zone angehen, ne? Ja, so ungefähr. Da das Ganze ja kostenlos ist, denke ich mal nicht, dass die sich solche Hochleistungs-Server da hinstellen können, ne? Nee, da ist wirklich gut zu ziehen. Also das würde ich schon sagen, die Servers von Blizzard sind wirklich, äh, sehr gut. Da erlegt, dass die wenig Ausfälle haben. Ja, mittlerweile schon. Früher hatten sie mehr Probleme. Mittlerweile haben sie aber aus diesen Problemen gelernt. Vor allem in Amerika können sie sich die nicht erlauben. Ja, nee, das ist wirklich so. Die haben ja aus diesen Problemen, die sie gemacht haben, oder diese... Dem Mist, die sie gemacht haben, daraus haben sie ja gelernt. Dadurch konntest du denn halt, äh, mittlerweile, ja, wie soll ich sagen... Wir haben ein Backup, die haben für alles, haben die jetzt ein Backup. Für alles. Ja, ich kenne das von meiner Ex-Freundin, die hat mir gesagt, dass es früher regelmäßig da zu haben, dass so drei, vier Tage, wenn du ein Abo hattest, dass du die gutgeschrieben bekommen hast. Weil dann halt die Server... ...wegen plötzlich Erwartungsarbeiten oder so runtergefahren werden mussten. Und dann einfach, die Server runtergefahren sind. Und dann mussten auch nur einzelne Realms abgeschaltet werden, obwohl die eigentlich... ...theoretisch alle über denselben Server laufen. Dann gab es aber nur Realm-Probleme. Und nicht jeder Realm hat seinen eigenen Server gehabt. Und es gab wirklich nur pro Realm teilweise ein Problem. Das kenne ich daher, äh, und ich kann das auch verstehen. Das kenne ich daher, weil ich hab mal diese Black-WOW angehabt. Wo du selber deinen Server machen konntest. Ja. So, und dann, daher weiß ich das nämlich, dass du, äh, von daher deine Probleme haben kannst mit einzelnen Realms. Und zwar nur, äh, auch wenn du alle fast gleich eingestellt hast, nur einzelne Punkte dann rausgenommen hast. Und dann kann es immer mal Probleme geben, dass dann, äh, die PvP-Server laufen können. Aber die RP-PVE-Server nicht. Ich glaube, ich muss mal zum Ende des Jahres eine neue, äh, noch eine zusätzliche Festplatte holen. Warum? Ich weiß nicht warum, weil Festplatten sind fast randvoll und ich hab kaum noch Spiele drauf. Ich bin nicht am Bereinigen. Meine guten großen Teil meiner, äh, meiner Departition nimmt, äh, Blizzard ein. Ich hab ja extra schon, und mein Steam-Ordner hab ich auch schon extra auf D gelegt, damit C nicht so extrem voll ist. So, irgendwann gleich mal die... Ach so, ich find's grad erst in Dänemark. Dänemark und Dänemark. 650 Kilometer noch? Ja. Äh, es müsste so ungefähr, äh, na gut, jetzt kommt auch Fähre dazu, also so 20 Minuten. Fähre sind ja auch noch so 100 Kilometer oder so, die abziehen. Na denn? Und denn, bisschen, die Panzerwelt unsicher machen. Bei meiner Badshad noch die große Gun verpassen. Ach ja, du hast ja jetzt Badshad. Ja. Und ich kann nicht verstehen, warum manche, trotz dass sie sich ein 10er Panzer, also dann kaufen sich ein 10er Panzer und haben dann danach keine Credits mehr, weil ich hatte gestern, bevor ich die Badshad gekauft habe, äh, hatte ich 8,5 Millionen, hab die Badshad gekauft, hab die AP verkauft und hatte trotzdem noch 4,5 Millionen. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, so... Willst du, wartet auf dich? Ja, ja, mit W und T, dann. Ich hab schon angekündigt, dass er mit mir zusammen fahren möchte. Oh. Ja. Und da ist er sich sicher? Ja, ich... Ich weiß zwar nicht. Oh, Mann. Was ich da unbedingt mit mir antun will. Obwohl, wenn ich meine Statistik angucke, äh, hab ich in den letzten paar Tagen mal eben in 74 Gefechten zwei WN8-Punkte mich hochgefahren und bin auf fast 51% Siegrate in der Overall. Nicht schlecht. Weil es lief mal einfach die letzten zwei Tage mega geil. Ich hatte vorgestern bei 32 Gefechten, äh, Sygrate von irgendwas um die 70%. Und fast nur Badshad AP gefahren. Da ist es meistens so, wenn man einen Panzer jetzt dauerhaft spielt, dass man dann eigentlich auch besser wird mit dem die ganze Zeit. Ja, vor allem, die Teams waren ganz gut. Muss ich so ganz ehrlich sagen. Die Teams waren echt gut. Ja. War auch nie so, dass ich mal ein Damage hinterher gefahren bin. Ich hab immer mal eine zweieinhalb bis dreieinhalb tausend Damage gehabt mit der Badshad. Also das hab ich aber auch gestern, ich hab das auch gestern gehabt, da bist du dem Damage hinterher gefahren und teilweise kam der Damage direkt auf dich zu, sozusagen. Also es ist, äh, da hast du teilweise verloren, teilweise gewonnen und, und ich hab jetzt, und ich hab denn gestern teilweise Spiele nur dadurch gewonnen, dass ich dumm gefahren bin, sozusagen. Und zwar dumm gefahren im Punkto von, was du zum Beispiel nicht machen würdest mit einem Heavy, auf die, äh, einfach durch die Mitte fahren, zum Beispiel, ja, oder auf die Lightline oder so. Na gut, du kommst mal an den Heavy. Ja, aber ich bin dann auch, äh, ja, ist das Fjorda, äh, Fjorda, ist das, glaub ich. Äh, links, äh, auf die MED-Line, da, wo sich ja alle in einer Ecke so ein bisschen ein Pulk versammelt, äh, da fahren zum Beispiel viele, die ich kenne, mit dem 410 E5 hin, wo ich mir denke, äh, eigentlich hat der rechts auf dieser Landzimmer, was du nicht bei der MED-Line ist. Ja, wobei, ja, das geht ja mittlerweile, ne? Aber wenn du jetzt mal so guckst, dass du, äh, ich bin dann auf Steppen, war das, glaub ich, da bin ich dann mit einem Panther 8-8 im 10er Matchup, ne? Äh, da bin ich denn die MED-Line entlanggefahren mit zwei anderen Mediums, äh, ein TVPVTU ist auch da mit gewesen und ein T-54. So, ich hab den beiden nicht sehr viel helfen können, die sind auch ziemlich blöd vorgefahren, einfach blöd in den Gegner rein, weißt du, aber ich hab den Versuch, die Versuch zu unterstützen und im Endeffekt hab ich dann ein nettes Gefecht gehabt, hab leider nur 4 Kills machen können und leider nur 5000 Schaden mit dem Panther 8-8. Ich hab gestern, äh, wo ich mit Andreas und Fennec zusammen die letzte Runde sozusagen von den beiden gefahren bin, weiß ich, bin online gekommen und dann, beide wollten eigentlich offline gehen. Und ich so, komm, eine Runde, wir sitzen zwar jetzt den ganzen Abend schon gefahren, aber ich wollte eine Runde mal wieder mit Fennec fahren. Ja. Dann sind wir auf Objekt 140 gefahren, ähm, sind dann Großgefecht bekommen, so und da ich die ganzen Tage über nur 9er gefahren bin, bin ich ja nie ins Großgefecht gekommen. Ja. Und die, boah, schon wieder Großgefechte, ich so, yeah, endlich mal wieder Großgefecht. Ähm, Fennec wurde ziemlich schnell rausgenommen, obwohl wir eigentlich ziemlich selbe Position standen, aber er halt doch ein bisschen unglücklicher. Äh, Andreas war, weiß ich nicht, wo er geblieben ist, äh, komplett andere Position angefahren als wir beiden. Ja. Und am Ende des Gefechts hatte ich 4800 Damage auf der Uhr und sieben Kills. Okay. Das ist doch gut. Weil, also, mit MED und TD, vor allem in der Grille, weiß ich schon genau, wo ich anfahre und was da recht gute Positionen sind, wo du auch mal ruhig aufgehen kannst, aber nicht unbedingt gleich beschossen werden kannst. Oder wo du schnell vorptiefen kannst, Schuss abgeben, egal ob er trifft oder nicht, und zurückziehen. Ja. Das klappt mittlerweile auf dieser, auf Nebelburg ganz, nee, Nebelburg, oder? Nebelburg, ja. Ja, genau, Nebelburg. Klappt das eigentlich mittlerweile ganz gut. Wo ich noch nicht so, ist mit Heavy oder mit den langsamen TDs, da ist es so, hm. Ja, es geht eigentlich, man muss sich, wir haben das ja gemacht, wir haben uns da mal die Karte im Übungsgefecht angeguckt, 15 Minuten lang. Ja, hab ich da mitgefahren. Wo fahre ich? Wenn ich jetzt auf der 1 starte, was mache ich? Auf der 2, was mache ich? Auf der 3, was mache ich? Das sind ja alles verschiedene Sachen, weil von der 3 brauchst du nicht mehr in die Stadt zu fahren, das brauchst du nicht. Ja. Das ist so weit. Und das finde ich so eigentlich an und für sich, finde ich das mega gut, dass dann mal wieder der Kopf der Leute gefördert wird. Ja, das stimmt. Wie bringe ich meinen Panzer am besten ein, selber, für mich, gut zu fahren und du kannst dich auch einfach nicht zurücklehnen, so, ja, da sind ja noch 29 andere, die machen das schon. Nein, du bist selber, jeder Panzer ist wirklich entscheidend dabei, weil da ist so, wenn mal 5 Panzer auf einer Seite raus sind, kann das schon verloren sein, das Ding. Ah, nee, 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 das ist noch nicht so. Wenn du auf einer Seite komplett aufgerieben wirst, ich sag mal so, solange die Seite das hält und verzögert, ist es eigentlich nicht so das Problem. Du müsstest aber denn wirklich mit deinem Team, wenn, ich sag mal, Seite 3 verliert, aber Seite 1 gewinnt komplett und hilft dann auch noch Seite 2 mit zu gewinnen, also die Mitte, dann kannst du das Gefecht immer noch gewinnen, ne? Ja. Es ist nicht so, dass du jetzt auf einer Seite, wenn du das verlierst, dass dann das ganze Gefecht verloren ist. Ja, nee, ich meine jetzt so die Situation, wenn jetzt zum Beispiel Seite 1 fällt, oder nehmen wir Seite 3, unten jetzt darum. Mehr Mets und Tds sich meistens aufhalten. Ja, ja. Und wenn da die Mets gewinnt gegen die anderen Mets und dann im Hintergrund, zum Beispiel ein paar Grillen oder vielleicht auch ein Kinderwerfer oder so dabei sind, weißt du, so gute Sniperpanzer, sowas wie die Grille. Wenn die im Hintergrund sind und dann dadurch auf die Mitte wirken können und die Mitte dann richtig dann so langsam nach und nach aufgerieben wird, dann sieht es kritisch aus für die 1. Und das meinte ich eben gerade mit, wenn diese 5 Mets, die eigentlich dann da sozusagen aufhalten und für die im Hintergrund stehenden Tds aufmachen. Wenn denn nämlich die Leute so 15 Sekunden warten, gehen die Grillen ja zum Beispiel nicht mehr auf. Und das hatte ich jetzt in den letzten Tagen ziemlich häufig, auch so die Woche über, wenn die eine Seite gefallen ist und die Unterstützungspanzer aus dem Hintergrund rechtzeitig nachziehen, die ATI rechtzeitig umschwenkt. Dass denn dieses Ding durch 5 Panzer, die rausgenommen worden sind, entweder gewonnen oder verloren ist. Daher hätte die Unterstützung aus dem Hintergrund vernünftig mitarbeitet und nicht einfach stehen bleibt und weiterrum Snipert. Dann sind 5 Panzer Kriegsentscheidend. Und ansonsten ist, ja, das 5 Panzer, das weiß ich, in der Mitte oder so sind, ist das Ding noch nicht verloren. So perfekt kannst du jetzt auch nicht aus dem Hintergrund, finde ich. Du musst dir ja aufpassen, dass du nicht aufgehst. Du gehst da teilweise schnell auf. Es sind auch teilweise echt wenig Deckungsmöglichkeiten. Also ich finde, die Karte so an sich ist nicht schlecht. In einer gewissen Schlüsselposition ist das schlecht. Ja, aber du hast da echt verdammt wenig Deckung und du hast entweder die Möglichkeit, wo du ein bisschen mit Deckung spielen kannst, hast du denn nur eigentlich hinten, hinterm Cap, ne? Da hast du Deckung oder halt einmal oben bei der Stadt oder nur bedingt unten rechts. Das sind wirklich, ich sag mal, schlechte Sachen. Du kannst halt viel zu viel auf langen Snipern, ne? Ja, also ohne Artie da in den Gefechten würde ich, glaube ich, müsste man es, glaube ich, auf eine Stunde oder so hochsetzen. Weil sich alle zu Tode Snipern... Ja, nicht ganz, aber fast. Es kommt ja auf fast, ist es so. Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kommt fast hin. Na, nach 20 Minuten ist die Munition alle und dann können sie sich nur tot rammen. Ja, ich habe das in letzter Zeit ganz oft gehabt, dass ich mich mit der Batchett AP leer geschossen habe. Ja, und was machst du denn? Da habe ich mich nur noch gespottet. Ja, schlecht war das das eine Mal. Ich war eigentlich für alles und jeden One-Shot und ich war der Letzte überlebende. Das ist dann doof. Ja. Also, kriegst du keine Spritprämie, muss ich sagen, ne? So wie du da gerade abgebremst hast. Was für eine Prämie? Eine Eco-Prämie. Gibt's? Nein, also nein, nicht im Spiel wahrscheinlich. Die Ampel ist kaputt. Die Ampel ist kaputt. Der hat auch ein bisschen ausgeschnitten. Ah, ich will immer ein Gang sparked mal. Sollst du da hin? Ja. Ah, ich glaube, ich müsste es auch noch mal wieder demnächst anschmeißen. Überhaupt kein enger Kreisel. Sollst du da hin? Los. Einmal spinnt er auch um, dass der nicht schneller als 60 fahren wird. Das ist vermutlich nicht an der Automatik. Keine Ahnung. Eben gerade auch. Habe ich dann über Tempomat versucht, es schneller zu machen. Druck auf Plus und der Brems runter. Okay. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Multiplayer doch noch nicht ganz so sauber mit dem High-Cargo-Plug oder Helden-Cargo. Was erst seit ein oder zwei Updates ist das erst kompatibel mit dem Multiplayer. Was ich hier mitgekriegt habe. Und es steht ja auch immer schön mit bei, der Multiplayer ist eine Alpha. Ist er wirklich immer noch? Ja. Ich geh bei, wenn du das aufmachst, dass es eine Alpha ist und das Fehler vorkommt, dass man sich nicht so deutlich über aufregen soll, sondern dass man sich anständig melden soll. Okay. Oh. Darf ich dir noch was sagen kurz? Bitte. Ich habe gerade das im Stream getestet. Was denn? Ich bin lauter als du. Okay. Kann aber auch dran liegen, dass ich dich sowieso ziemlich laut im PS habe. Achso, ja. Das kann sein. Oh, da ist ja schon das Ziel. Manche Auffahrten sind echt eng, ne? Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese, wenn du gerade in diese hier links rein fahren musst, also jetzt nicht sozusagen runter, sondern auch, wie oft ich diese scheiß Schilder schon mitgenommen habe. Da habe ich versucht, rangieren wie sonst irgendwas und dann habe ich mit mal gesehen, mein Vorgänger war. Oder der, der nach mir ist genauso gefahren. Der hat es auch probiert und war auch super geballert. Ja. Also ich habe das wirklich schon geschafft im Singleplayer, bei manchen von den Auffahrten, die da so bescheuert sind, habe ich das wirklich geschafft, ohne ein Schild mitzunehmen, dann die Sachen da rum zu manövrieren, ne? Ja. Auf den meisten Schrecken im Multiplayer ist das nicht ganz so möglich. Ne, ne. Und im Singleplayer habe ich dann aber auch die Truck Sim Map dann noch gehabt, ne? bis Nordafrika und so weiter. Okay. Und dann bist du da teilweise dann mit komischen Sachen durchgefahren, zum Beispiel mit einem Windmühlenflügel. Und das Ding ist lang. Ja, weil der Windmühlenflügel ist auch zu lang für die Auffahrten eigentlich. Ich darf mich dann tragen. Ich wollte irgendwo Richtung Gelände. Oder ist das Ding da besser auf? Jawohl. Genau so wollten wir es doch haben. Da kriegst du ihn hingestellt? Ja. Dich. Fertigung. Ja. Ja. Du bist wohl dein Kind. Ja. Ja. Jetzt. Ja. Wow. Ich habe das Gefühl, dass ich uns gezeichnet habe. so dann hier raus da möchte ich so gut, dann hol dir mal gleich den Timo dazu, ich werde noch mal ein bisschen hin und her springen, ne? ja, das ist klar bis denn später oder so 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 ich bin eins gleiche Ausrüstung und Verbrauchsmaterial ab ich werde mich mal kurz muten, dass ich mein Lenkrad hier abbauen kann ich mach das ich meine ich so fertig mit lenkrad spielen geht es noch nicht das wäre aber mal interessant ja das wäre wirklich mal interessant aber so favoriten bearbeiten ich war gerade in neuen russen medium auch deutsch ihr sieben ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Channel edited Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war schon was. Hey, Ali. Geh los, kommt der jetzt. Goldene Garde ist drüben. Da wird schon nicht mehr viel sein. Da fällt noch irgendwo so'n Garde-Bamber. So, mein Schuss kam nicht an. Äh, erstes Gefecht, Ali, erstes Gefecht hat eben gerade das Spiel gewechselt. Und hinten drücken sie durch. Oh, viel Damage. Ja, ich schlag noch nach. Oh. Ich bin überlegen, erstmal deinen 1390 da raus zu nehmen. Boah, was war das? Hallo. Oh, das Berg. Hey, Chirio. Boah, macht doch die Adi da kaputt. Wer denn? Yaht. Ich bin überlegen, ich bin hier die Räumen. Überlegen. Dein? Wenn ich gerade loswerden bin, kann ich das nicht in der Hüfe. ich bin gleich nachgeladen ganz damit fahren alle objekt oder da guckt er auch noch von mir oooohh objekt von der chat Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Du kennst es. Boah, dann direkt. Start nach. Nein, die große Gun hat einen schnelleren Reload. Ja komm, schieß dich leer, auf. Oh Mann. Zwei Schüsse in den Dreck gegangen, ey. Das passiert. Wenn nicht sogar der erste Schuss noch das Haus vor mir zerstört hat, was ich eigentlich platt fahren wollte, ey. Ah ja. Kann mich nicht beschweren. Ne, war ganz gut die Runde. Für den Tagessieg nicht verkehrt. Aber die haben uns das recht einfach gemacht, ey. Damit sie die Seite aufgelassen haben. Ja. Kommt wahrscheinlich von hinten an die Panzer ranfahren. Aber es geht auch nicht immer gut. Manchmal stehen da auch so viele TDs oder so, dass du gar nicht mehr vorankommst, dass du da einfach festgenagelt bist. Standard Med. Oder nur da unten an die Ecke da ran. Batchett kriegen wir normal raus, aber wenn die TVP auch mitkommt, haben wir ein Problem. Ja. Ich krieg mal eine vier Schuss schnell ran, Mann. Ja. 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 Der einzige, der noch schneller feuert ist, der 57 GF. Eine Sekunde zwischen den Schüssen, ey. Ist das ganz nach oben oder da unten? Wir können aber ganz bis nach oben. Ich denke nicht, dass beide kommen. Wo war's? Wargaming? Was ist da los? Da war ein kleiner Stein und meine Bettstatt hat sich nicht überschlagen. Was ist da los? Was ist da los? Der Backup vom TVP. Kuckuck. Cool. Und die Bettstatt ist schon mal auf der anderen Seite. Was ist da los? Es ist da los. Verstehen auch an, die Bettstatt. Und die Bettstatt ist schon mal auf der anderen Seite. Es ist da los. Ui, ich hab was ausgemacht. Das hat mich nicht ausgemacht. Ich hab mich nicht ausgemacht. Oh mein Gott, überhaupt nicht weit daneben geschossen gerade. Ab Reload. Ich auch. Dann werde ich mir gleich mal den C49 teilen. Ich habe ihn bös erwischt. Ja, TPP Dreck. Wenn ich nachgeraden habe, war ich hoch. Scheiß, Patton, der guckt nur zu mir. Ja, ist richtig. Ja, fick dich Arti, ich habe nur noch ein Besatzungsmitglied jetzt. Geil. Wo steht denn die Arti? Geil. 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 Gozanne,都 bom. kannst du auch noch mit hp um dich werfen ja ich habe mich mit dem tvp angelegt der hat einen lowball gehabt doch jetzt bin ich offen das ist doch gut das ist ja die macht doch erst mal den e5 weg wo das war da hinten aber wenn das so weiter geht habe ich die ganz schnell objekt 140 müsste ich auch noch fahren da bin ich beim vierten perk bei 97 prozent das hat lampe das reicht das ist wie kaugummi und die seite die ich nicht mag andere seite habe ich bislang immer mit der budget ap den hill hoch geschafft diese seite werde ich es nicht schaffen die andere seite halt viel schneller auf dem hill ist obwohl was haben die denn tvp ich glaube ich habe jeden wuppt sich der schneller als du ja aber es wird noch nicht viel weg hat die drei gunmarks die budget ap ich habe auch mal ganz viel aufgeklärt ich habe auch mal ganz viel weg ich habe mich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Den cdc da hinten haben. Wir haben unseren cdc da hinten. 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 Wir haben unsere cdc da hinten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mach's da einfach kaputt, oder? Ist ja auch ne Mösung. Ah, jetzt ist es tot. Objekt ist tot. Aber es hat kurz abgelenkt. Es hat so abgelenkt, dass jetzt unsere Erbkanze und so, dass wir jetzt auch noch voll fahren. Was ist denn mit unserem 100LT? Riecht auf der Seite, oder was? Oh ja. Riecht auf der Seite. Ich bin mal kurz abgelenkt. Ich bin mal kurz abgelenkt. Ich bin mal kurz abgelenkt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich fahr noch. Du rettest noch die Welt, oder? Du holst ja noch ein bisschen Spotting-Damage, wa? Ja. Seht's noch was? Ja. Tote Stern. Und der wartet jetzt nur auf dich. Ruf mal 349 HP. Ja. Ich bin offen. Hey. Einen neuen Park verpassen. Entweder wartest du, oder spielst du alleine. Ich geh schnell pingeln. Ja. Ich fahr heute eben. Ja. 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 Das war's. Das war's. Schon wieder? No map. Da habe ich einen weiten Weg bis da rüber. Wir können auch in die Mitte einfahren, aber die Mitte ist gefährlich. Wir können da rein die Stadt fahren. Meinst du da oben links oder was? Jo. Da war ich noch nie. Ich auch noch nicht. Können wir machen. Wenn wir gnadenlos drauf geben, bist du halt schuld. Ah, ich hab CW-Seiter dabei, das passiert mir so schlimm. Ich hab CW-Seiter dabei. Ich hab CW-Seiter dabei. Das Schlimme ist, die IS-7 ist schneller als ein T-62A. Ja, es ist so. Mhm. Die fährt 59, ich fahr 50. Ich hab CW-Seiter dabei. Ich hab CW-Seiter dabei. Ich hab CW-Seiter dabei. Da komm. Ich不行. Ich hab CW-Seiter dabei geschlossen gerettet. Ich hab nicht mehr rausgekommen gantlyl zu euch. Irgendwaktuik auf der das Schimagin gleich los. Ja, da sind wir ja weimar, vorne herum. jetzt auch nicht mehr wenn bot eine vernünftige stelle versucht anzufahren das kommt was härteres bei dir eingeschlagen mir war auch nicht mehr weg doch wenn du dich ganz schnell trotzdem dahinter ich komm hier nicht durch nee du musst da wo der leo steht da musst du lang na siehst du sagst du kommst nicht mehr weg ja ganz froh sein dass die zweite ist die so schnell mit linken finger also von mir war das mega schlecht ja gut dass du runtergefallen bist das war halt pechsch würde ich sagen ja aber ich wollte halt auch zu viel ich wollte schon damage machen weißt du ich wollte mich so auf mitte der kette stellen und dann immer hin und her bitten weißt du aber wenn man noch nicht so gute karten kennt das hat sollte man das sein lassen ich hab eigentlich auch mitgerechnet dass sie die kanonen nicht mehr hoch kriegen rechts von hier ist ein panzer wo du drauf wirken kannst wo ist denn der e3 ganz hinten also du hättest auf die e7 und die beiden in der mitte würden würden dann ist das hier ich jetzt hier 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 das ist ja für mich kann ich verstehen ich komme gerade nicht durch deine kugeln interessieren sich nicht für sie ich will so gegen die strecken nee oder die strecken so aus ich bin eigentlich noch zehn panzer irgendwo war hier vorne in ketten kommen aus gehen wir spotten die müsste sogar fast mehr sicht weiter haben als du da ist der knallwerfer rechts ist die betten das ist weg gut so so auch was steht denn da hin so 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 die grille ist weg oder so 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 Das war's. Das war's. Die hab ich vorhin schon mal das Spiel beendet. Das hab ich jetzt vor meine Kohle umgekippt. Ich muss jetzt erstmal aufwischen. Oh mein Gott wie schlecht. Okay. 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 Ich will nochmal die Map. Das war so reif. Okay. 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 Auf jeden Fall die AT gleich einschlagen. Ich mach mal ein Wiener. Ich habe alle geschossen, jetzt kann ich durchfahren. Ich krieg hier Besuch, der mir gefällt. Mein Besuch hier hat mehrfach nicht so. Ich dachte, die E7 hat sich auch droppen müssen. Ich krieg hier richtig Besuch. Oh, kommst du da noch weg? Kann ich von der Seite rein drücken. Ich falle am Leo ab, denn er trifft mich. Ich muss da noch weg. Ich kann das noch weg. Ich kann das weg. Ich kann das weg. Ich kann das weg. Du schießt nichts auf mich jetzt hier hin. Was ist das denn? Ach, der Panzerkampfwagen sieht man doch auch zum hohen Alpha, oder? Ja. Ah. Der V. Oh! Mach's doch noch. Ja, durch diese kleine Lücke unterm rumzappeln kriegt sie mich. Stell dir mal, der scheiß Leo vor mir. Oh, der riecht auf, der schießt Leo über die Kette weg. Okay. Ah. Kommt man mal nicht auf'n Großgefecht, schon verliert man, oder? Hall Report Objekt 140. Ja, macht mal. Ich glaube, die meinen das andere. Eins von den beiden anderen. Ne, ich hab Objekt 140 genommen und den darf ich auch gewinnen. Wir hatten 540er bei uns im Team. Okay. Martin 92, was machst du jetzt? Erst an der Wand. Denkst dich selber. Und ist tot. Hier hättest du gedacht, der fährt an der Wand und drückt ab. No. Oh ne. Aus der Drehung. Ja. Ja. Ha. So dauert das aber noch unendlich mit der großen Gehen. Ich hab dir jetzt mal Luft unterstützt. Und jetzt kommt Enns. Sei ruhig, ich mach doch kein Schaden mehr. Himmelsdorf geht ja noch, aber ernst? Eure Schadenkopf wäre jetzt kacke. Das ist beide. Der Batchel kann auch mehr ausrichten als ich. Auf End kannst du auch mit der froh sein, wenn du einen Clip durchgrißt. Geht einfach. Designer viel besser. Geht, ich fahr links raus. Dann zieht euch hinten auf den Bunker. Auf E1 denn da. Segen Malmöten. Eben? Auf E1? Eben. Eben? Auf E1. Eben? Ebener? fragt er wirklich warum, weil die IS-7 stark geworden ist und endet da fragt eben einer warum wir die IS-7 kennen sollen ich schlag doch noch nach Objekt 240 steht schon in der Mitte jetzt ist er zu jetzt ist zu die GW Tiger steht da hinten am Bunker die CGC steht links vom Bunker ich will nochmal auf die CGC raus, sie macht mir Auge schenille reparer die schenille ist arranget wir sind Das war GB Tiger. weißt du ob die art immer noch da hinten steht wird noch nicht wieder geschossen auf mich ich wahrscheinlich nicht mehr aufgehe wenn ich vorfahre gehe ich auch nicht auf wie ich gerade immer überlegen ob ich durchfahre wie könnte denn der schuss jetzt gut stellen und kann da hinten steht immer noch der spitzwagen 14 sekunden was hat dieser amix 30 gemacht hat er überhaupt geschossen ich stand doch seitlich zu ihm kleinen pissgang komme ich doch nicht durch bei dem drecksvieh 610 damage und das wird wieder ein sieg heute egal wo du hinwerst ich treffe verlieren wir das jetzt doch noch weil alle sich so unterschießen lassen muss ich weg gehen auf den 75 26 ap spring schieße nimm raus wenn du nachgeleiden hast nimm einfach raus der schuss kam viel zu weit unten rum aber warum ist nix das zentorian wird wieder ja ja die zentorian werden scheinlich raus die zentorian das ist das ist Die werden doch wohl 200 HP vom Jagdtiger wegkriegen. Ja, nicht so wie er das gerade gemacht hat, er war noch offen und fährte vom Jagdtiger kaum. An den IS-7 komme ich leider nicht ran. Ach, unser AMX-30 hat sich auch aufbrauchen lassen, ok? Na, wer am Weg ist noch ein Flass voll in die Jagdtiger. 8 Sekunden geben. Ach komm, schieß mal, mal sehen ob ich was darf. Das ging jetzt auch gerade nur um Sekunden beim Reload. 3.000 Schaden mit 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. So hätte ich da ein bisschen mehr gehabt. 24.000 HP noch. 25.000 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 HP noch. 5.000 HP noch. Hallo Daniel, hallo, hallo. Was ist denn mit der Killer Kitty, kommt die auch mal wieder zum Spiel? Hat sich vorhin von ihr zumindest so angehört, dass sie gefragt hat ob ich nachher noch WLT spiele. Das war's schon. Boah, der Snapshot hätte ich ja mal aus dem Spiel gesehen. Hä, hört von dem der Schuss gewesen. Wie hat mich denn der R100 da getroffen? Ja. Oh mein, komm, WLT ist jetzt schon wieder raus. Oh. Oh. Okay, das klappt also nicht. Also Krieger ist noch drin, streng dich an. Oh. 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 Ich bin der Fall. Ich bin fertig, wenn ich den anderen bin. Ich bin fertig, wenn ich den anderen bin. Okay. Ich würde da aufhauen, an deiner Stelle. Wenn ich am Stein hängen bleiben würde, würde ich das auch machen. Scheiben wir noch auf. Oder schon wieder. Na ja, komm, 29, das Ding ist durch. Ach ja, komm. Na ja, immer ne Runde Premium fahren. Macht, oder? Ja. Ach, warum? Umfeldig ist hier auch alles gut. Ich habe die kleine Gun noch drauf. Könntest du dich mal hochschieben? Ne, ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Von mir allein versuch. Versuche ich das eben. Und dann fahre ich unten dann. Mit den Rückendeckern gibt es. So weit wie es geht. Oh Gott ey. Danke. Danke. Oh ne, jetzt waren so viele da schon unten lang, dann wollte ich da auch nicht mehr hinfahren. Und da fehlen hier oben so viele, ganz arg. Okay. Von meinem Schuss hin ging das auch noch der Papst. Oh, ein Typ hier. Klasse. Ja, klasse. Jetzt haben wir den Killshot auf dem 50-100 im Sand. Jetzt haben wir den Killshot auf dem 50-100 im Sand. Jetzt haben wir den Killshot auf dem 50-100 im Sand. Oh. Das gibt's nicht. Diese Gun. Macht er mir die auch noch kaputt. Okay. Ja, ich komme mit der Generein durch, genau. Ah, nicht ein Treffer. Null Damage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf 3er 4er Linie. Beide Seiten. Viel schade. Am liebsten aber mit mir E3. Da müssen sie HE anfangen zu schießen. Oh, der hat mich nicht aufgeklärt. So, ein Kack-Club von C-54. Ich will abdrücken, er fährt vor mich. Ah! Wow, gar nicht so ein Sonderheim. Ua die ist drei Schäden im Marsch zu mir ist das richtig ja ja die ist also die ist abkau eine Mitte so lief mir das der ist als nächstes Sonnen und auch nur übernett von der drückwärts Krieg ich auch noch was, oder machst du ihn kaputt? Ich mach ihn kaputt. Ich bin im Reload. Jagd-PZ hat geschossen. E-75 auch. Die Jagd-PZ geht ehrlich zu auf die Entfernung. Und geht nicht mehr auf die Sauer. Ich bin in der Nähe des Driebens. 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 Str飛-PZ Und ich bin sehr gut и mit dem Packen. Ich bin in der Nähe des Driebadens. ich hab 4000 gemacht mit der kleinen gun ist das gar nicht so verkehrt gegen die gegner obwohl ich habe ja eigentlich nur die 8er geholt hab gekettet von hinten rum gesetzt 1.5 will ich noch haben ja er kriegt mich auch noch mal so ja rechtsklick und feuer komm jagdpanzer du darfst mich das wärs jetzt gewesen alle verschießen noch die ganze zeit auf dich ja hab ich jetzt mit meiner bash heute nicht vergenommen 4100 damage wer hat mich denn jetzt angeschrieben ich hab reiche für jagdpanzer abgeschlossen der erste ach unser toller rand jetzt hat mich geportet mhm 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 ungemessen zweiten shit 5700 erwerbhaus 5700 erwerbhaus 5700 erwerbhaus 5700 erwerbhaus 5700 erwerbhaus 5700 erwerbhaus 5800 erwerbhaus 10700 erwerbhaus Achso, ja, kommst du. Machst du denn mir mal Antworten darauf, dass ich der Bot sein soll, nur weil ich eben grad mit dem Objekt 252 kein Damage gemacht hab? Das ist passiert. Schön, wenn ich nicht treffe. Entschuldigung. Ich hab deine Damage mitgemacht. Juhu, ich kann snipern. Ja, die haben zu viele Scouts für meinen Geschmack. Ich will wohl gerne auf E1 fahren. Ich fahr da nicht hin. Ich hab zwar auch die Sichtweite, aber nein. Wenn da der Kungfu WTK hinfährt und... Ich fahr schöner auf dem Handy. Ja, der fährt dahin. Ich grad wegen dem Abbremsen. Objekt, du musst Gas geben. Kann er nicht, der ist schon lange an seiner Maximalgeschwindigkeit. Ich versuch mal da in den Spotterbush oben reinzukommen. Oh, hier kommt... Ne, 100 hoch. Ah, ich bin öffnet. Jaaaa. Jaaaa. Jaaa. 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 Juhu. Jaaa. 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 Ich verzieh' mich. Mein Turm ist... Angesägt und... HP ist auch nicht mehr das, was immer war. Der hat mich immerhin nicht aufgemacht, gell? Oh, wenn du da richtig stehst, macht er dich auch nicht. Ich fahr. Das kommt eigentlich nicht hoch, oder? Jetzt bist du offen, oder? Ja. Jetzt kassier ich auch gleich. Ich bin schon wieder offen. Ich versuch, der Helgiger zu spoten. Was will denn der von Nevo? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich versuch, der Helgiger zu spotten. ist eben da in der Mitte, ja ist auch super einfach da Pilz holen, wenn da ein Heavy ist. Nicht nur einer. Ja, vor allem der Heavy, sagen wir es mal so. Ja, da müssen wir die Snipern rauskriegen. Ja, dieses Drecks Objekt ist offen und ich krieg den Schuss dafür. Danke. Danke Objekt. Ganz toll, danke. Ich schlage jetzt Gold, ja nicht so, ich finde es normal, wenn es los ist. Und jetzt der schon mal weg. Ich schlage. Ja, ich schlage. Ich schlage-Tie. Ich schlage die Sniper. Ah, da kommt nur 140er und ich hab den Reload. Ach ja, ich bin wieder offen. Das ist 140er in der Mitte, muss man auch erst irgendwie rauskriegen. Ich darf nicht treffen. Jetzt bin ich tot. Ich hab noch einen Schuss drin. Und der ging nicht durch. Ich überlebe auch nur noch einen Schuss. Ich hab's geschossen, jetzt kann ich. Kann ich Pickupo? Bist du eh tot. Ja. Normal müsste man einen Screenshot machen und das zu Nevo schicken. So lange ist er nervt so. Das war eine andere Seite. Ja. Wo war ich denn hier hin? Da. War mir auch gerade. Man könnte versuchen. In die Mitte, oder? Jaja. Aber müssten wir halt über da an die Seite anfangen. Andere Seite ist zu gefährlich. Die andere Seite ist ja Selbstmord fast. Das war eigentlich das Richtige für dich, oder nicht? Nee. Nicht mit dem Panzer. Ja. Ja. Das war's für heute. Oh, da sind wir hier. Rom 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 er wird er Rückwärts geht auch nicht mehr egal wo ich bin, ich bin im Arsch und die Heavys dürfen mich töten du kriegst du weiß, wird auch nix bewegungsunfähig nie wieder in die Mitte ist ja noch schlimmer als beim Minen in die Mitte fahren jetzt noch mal Geld fahren immer noch 26.000 Schöne Map bei Japan wird keine artig weißt du noch ob man auf K1 fahren kann nein, kann man schon lange nicht mehr die machst du wirklich nicht mehr nein du kommst noch nicht mal mehr das Wasser lang wie man vorher lang kam hier Diagonale H1 zu K3 oder J3 kommst du auch nicht mehr ja genau, ich bin offen da steht da steht da 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 Letztens so könnte da keiner helfen Entschuld Wow Hey Oh, da ist der VK, der in die Kompon. Was hältst du denn, Victoria? Oh, mich hat es gekostet. Einmal offen fertig. Wir haben ja einen Scout, der nix spottet, wie immer. Oh, Mann. Was ist denn jetzt, was läuft denn jetzt aufs Scheiße? Das wird Stahl bewegt. Shit, shit. Jetzt am besten Himmelsdorf und ich lad sofort, bring mir Munition durch. Hallo, kein Fecht. Ich bleib stehen. Keine Ahnung, wo ich hinwürde. Ich bin hier auf dem Übel hier vor uns, Song. Ersten Schuss werde ich auf jeden Fall einen Heat verkleben. Ich habe als erstes immer HE bei der Kiste drin. Ich bin hier. 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 Ich bin hier auf dem Griff. Gut, dann kann auch nur Mausfahrten gehen, um alle drei treffen. Ich hätte mir da so einen Jagd-DE-Schuss rein. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist das 430 weg. Hätte ich aber gerade abgedrückt, hättest du die Tausende kassiert. Ja, ich bin offen. Was hat dich denn aufgemacht? Die sind doch alle hinterm Hügel. Wurde aus der Mitte aufgemacht. Und von da schießt die S7 auf mich. Da ist ja bloß nicht diese Dreckszüge. Die S7 aufmachen. Ich hab noch nie einen Schuss abgegeben. Badgett aus der Mitte. Jetzt geht die S7 auf. Badgett, das hast du aber fein gemacht und stürzt dich jetzt geil in den Tod. Oh, ich hätte vielleicht mal umladen sollen. was dann in der Mitte aufgemacht soll. Naja, wenigstens kann ich 1300 damage machen mit einem Schuss. Und da ist eben Also im Jagdpanzel sind wir richtig scheiße Säge Okay. Was ist das? Oh, der hat nur zwei Bouncer auf mir. Nein, drei. Das wär's jetzt gewesen. Er schießt sich leer, ich kann losfahren und klicke ihn auch noch raus. Das wär's gewesen, echt. Ah, herrlich. Ach, es macht grad so mega viel Spaß. Das war's. La 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 la. Wow. Das mit'n... Da hat war auch noch... Oh mein Gott. Und Sieg, ey. Und fast von Null Damage und Sieg. Niederlage. Ja. Boah, ist doch gut Schaden ausgedeilt. Ja, ich hab noch nie nachgeguckt. Wahrscheinlich an 1, oder? 4,1. Ja, ne, ich meinte jetzt an Platz 1 vom Damage her. Ne, ich hab's nicht. Bei mir ist der... 50B ist noch dreimal an mir gewounced, obwohl er drei Meter von mir weg war. Doch Platz 1 vom Damage her. Komm, einmal Badget versuch ich noch. vom Damage her. Ja, hast du gut beim Wald? Ja. 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 Ich lasse sieben HP stehen. Ich versuche mich mal schon weiter vorzuarbeiten. Entweder war ich offen oder er hat mich nicht aufgemacht. Also ich war entweder immer noch offen oder er hat mich einfach noch nicht aufgemacht. Du bist ja noch full live, wie machst du denn das mit deinen E7? Ich hab doch gesagt, die haben mir böse gepowered. Ich merke, also dann haben sie meine wohl vergessen. Da hinten steht irgendwo eine Badjet. Oh, ein Jacke. Ja, der hat mich erwischt. Ja, das bin ich offen. Ja, der hat mich 2000 gespottet. Gut. Blatt nach. Das war jetzt kleine Kanone, oder? Ja. Ja. Ich versuche dich nicht mit dem Weg. Ich versuche dich mit diesem Schaden. das war noch hoch fix fix mehr wäre ja auch nach zehn sekunden reload gewesen mit zwei der budget ja eine runde meine wenn man jetzt wieder die komische map kriegen wenn man die konstruktion nicht mehr von der anderen seite bin ich immer auf a5 gleich durchgezogen von der seite traue ich mich das glaube ich nicht und man kann versuchen der tvp ist halt bloß gut wird belohnt ich muss aber nicht mehr oder schon wissen was du mit deinem panzer zu tun die scheiß ruhe da in der mitte geschafft da hat die ruhe früh gemerkt dass ich sie beschieße ja schade der letzte schuss ging daneben vielen dank hast du was aufgemacht ja ich habe einfach nur an den bus gescheit die uah 10 49 er hat mich nicht aufgemacht zahnwert von der budget das ist echt geil die gwe steht da ja wenn du hier nach vorne kommst könnten wir zu zweit den 49 für alleine er hat die doofe kanone drauf wie die mir so viel damage gleich macht nicht nur dir wenn er noch da ist wenn er noch da ist oh naja ding oder oh gwe ja 390 schon wieder woher denn da kann einer aber auch ist ja Jaaa! Er war nur richtig. Ich muss mich hier wieder verpissen. Ich kann den Kommandanten erst in 50 Sekunden wiederholen. Kacke, WZ kommt zu mir. Du kommst hier nicht hin und wieder zurück, oder? Ich komm doch schon. Vielleicht fällt die andere Wette an. Ich versuch'n die. Das schießt nicht. Du schießt nicht. Du hast ein Objekt vor dir. Ja, ich versuch'n die. Du schießt nicht. Das ist ein Objekt. ich komme von hinten an den Witz, ach so der Witz hat doch schon tot war ja ein Leopard kann böse Gegner sein ja 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 So, 10%, dann hab ich da auch endlich mal eine Gunmark drauf. Hä? Oh, aber ich denke, ich werde jetzt erstmal ausmachen. Das schon mal so. Danke an alle, die bislang zugeschaut haben. Ich denke mal, heute Abend zum CW werde ich wieder anmachen mit 3 Minuten Delay. Ansonsten hab ich mir schon wen rausgesucht, wo ich euch jetzt hinleiten werde. Lasst einen lieben Gruß da und einen schönen Sonntagnachmittag euch noch. Bis denn. Bis denn.